Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram und in dem heutigen Game spiele ich First Time Camille auf der Top Lane. Mit dabei sind heute der Julian, der Timo und noch zwei andere. Ja, und jetzt lästern wir noch ein bisschen über die Franzosen und dann geht's hoffentlich auch gleich los. Ja, das reicht doch. Die sind es immer da. Also mit Varus. Team die deutsche Panzerdivision, so rum war es. Und da habe ich auch gleich nochmal eine Frage. Wie viele Franzosen braucht man, um Frankreich zu verteidigen? Kann keiner sagen, weil sie es noch nie versucht haben. Das stimmt. Ich kapituliere ja immer. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Woher kommt das denn überhaupt? Wo man sagt, dass sie immer kapitulieren. Weil sie kapituliert haben. Wann? Naja, immer halt. Immer, oder was? Zweitwettkrieg, oder was? Und davor. Und... Ja, in jedem Krieg da Geschichte. Okay. So was weißt du nicht? Guck dir doch einfach die Franzosen hier ein LOL an. Ah, ja. Sorry. Tut mir leid. Ich wollte nur fragen. Naja, aber... Kann man nicht beantworten. Das ist ja auch falsch. Klar kann man das beantworten. Habe ich jetzt aber keine Lust zu. Achso, okay. Naja, zweimal haben sie gegen Deutschland kapituliert. Damals im deutsch-französischen Krieg, ja. Wann war der? Weiß ich gar nicht. 18 irgendwas. Wo Preußen gegen... Nee, das ist der Norddeutsche Bund gegen die Franzosen. Auf jeden Fall natürlich auch Zweiter Weltkrieg, ne? Manchmal hat... Ja, das war vor allem im Norddeutschen Bund. Der wurde dann kurz davor... Nicht kurz davor, so... Ich weiß nicht, wie lang. Irgendwann beschlossen. Friedrich. Der Große. Wir sollten ihm vielleicht helfen. Kommst du? Friedrich, der Große und seine langen Kerls. Ja, dann wird er gleich von uns sein. Also Julian, halt dich fern. Wer weiß, was das Böse im Busch von kleinen Jungs will. Okay, der ist gut. Okay, der ist echt gut. Als das... Als erster soll jetzt die Wegeskiller... Was gilt ich als zweites mit Shyvana? Die E. Als zweites... Jetzt brauchst du nicht mehr Smalten. Warte, sowieso nicht. Ach, das... Oh, scheiße, das ist jeweils... Achtung. Ja, und? Hast du meinen Support angekauft? Ich habe abgedacht, dass sie trappen. Lass mich. Also wenn ich mal überlege, ich glaube, ich habe vor einem Dreifeljahr das letzte Mal mitgegangen gespielt oder so. Dann kann das Ganze ja nur in meine Hose gehen. Wenn du mir überlegst, du spielst, ich spielst zum zweiten Mal die Banner. Einmal kommt jemand und sagt mir so, ah, das muss ich so gut spielen, jetzt noch so ran in deinem Spiel. Das ist alles. First Time Shyvana und so. First? Aber warte mal, ich habe meinen eh noch gar nicht. Ja, man, Alter. Ich habe schon mindestens zweimal mit dir als Shyvana gespielt. Hä? First? Wie ein Ram First Time. Ach so, Ram. Ach so. Ich halte einfach die Klappe. Das macht keinen Sinn. Wer ist heute raus? Heute ist es. Das macht einfach keinen Sinn. Mit zuziehen der Nähe. Ja, manchmal ist das besser. Sie injust. Woah. Die Hollywood hat sich eigentlich mal yarnwelle. Ich meine wieder von vorne anfangen. Aber einfach nur auf der Eckrete. Was? Wenn Lerei affective das einfach wieder von vorne anfängt. Die inflictile der Freie länger wird. Und das hier aufhört, geht es. Was ö sabia gemacht hat? so bei mir geht schon scharf ich glaube ich glaube dass sie getroffen klar top beide flash raus er fand aber auch scheiße der typ was genau so scheiße wie ich rein ist das motto aber schön dran denken was reingeht muss auch wieder raus julian schön weg hören zu jungen zum was ist die tochter vom chinesischen sexminister ja ich bin fast fast fortpflanzungsfähig alles klar läuft bei dir bei mir nein bei mir also hä ich hab doch gesagt das läuft nicht wenn man da los die schubsen weg weiter dran schubs heute und er wird weiter nicht in dem wasser der tot d ganz alles gut ist ja und ließen Fakten der aktuellen Meter alles ab das sind auf der rechten Seite bleiben Dann kann ich den Typ an jemanden haben. Danke! Du brauchst den einen Coolheitsmini, weißt du? Coolheitsmini, alles klar, da weißt du auch Bescheid. Ja? War mir auch neu. Och Gott, soll ich das dodgen? Ah, du bist nicht schwer. Es ist bald die sechste Minute, da ist noch kein Kill gefallen. Ich würd noch sagen, High-End Elo, meine lieben Kinder. Ich könnte nicht mehr heilen. Ja, okay, das hat sich wohl erledigt mit High-End. Kann ich nur bitte aufhören, so einen Scheiß zu sappeln, wenn das so läuft? Nein. Du rufst immer die bösen Geister hervor. Ich bin mal... Nö, auf gar keinen Fall. Jetzt kommt der Gang, jetzt kommt der Gang. Ja. Das bringt's auch sehr, wenn der AT nicht da ist. Was willst du denn? Null, Mana? Danke. Das hat mir jetzt viel gebracht. Viel raus. Viel und Flash, super. Die Night von Morgana. Das hat's jetzt gebracht. Ja. Ja, hat's auch. Da hat's zwei Faminas. Ja. Zehn Faminas hier. Wo ist er one-shotted? Die Cent, der hat kein einziges... Der hat, äh... Dorans... Boah. Der hat mit no ulti, bist du gut. Ja, der hat jetzt relativ long range gemacht. Der hat 36 damage gemacht. War das die max range ult? Keine Ahnung, bin ich Jesus, bin ich Allah, kann ich übers Wasser matschen, was soll ich das wissen? Na ja, jetzt drehst du aber völlig durch hier. Äh... Höchstens Buddha. Vielleicht sieht das aus. Klar. Ich hab' die Heizung vor ner halben Stunde schon ausgeschaltet. Zieh dir mal die Burka hoch. Nein, ich hab' die Gurka, okay. Jawoll, lieb. Das ist doch keine Gurke. Doch, natürlich ist das Gurka. Ihr laubert einen Scheiß. Nein, nein. Hab' ich wohl überschritten. Einfach nicht zuhören, einfach nicht zuhören. Da kriegt man leider ein bisschen Hirnkrebs. Oder sowas. Nein. Das... Nee. Bäh. Ah! Jürgen, hau, Frieden, nein! Ah! Oh, die tun mir weh. Äh, ich bin schon wieder Half-Life. Nicht die Lüge. Ping darf man nicht, ping ist böse. Welcher Arsch pingt hier oben rum und warum? Weil er sich toll fühlt. Ich mach' gleich Hundefutter aus dir, wenn du nicht aufhörst. Ähm. Der reicht Juni noch einmal ganz leise. Allerwichtigste. Hm? Kevin glaub' ich. Nein. Nicht wirklich? Ich glaub' auch, das ist Kevin. Alter, wie dumm ist das denn? Ich kann nichts machen. Der... Ich hab sogar gehealt und der killt mich einfach. Aus Long Range. Alter, ich holte den weg! Von mir! Zuck den, ne! Und er kann rüberspringen, wenn er im richtigen Moment drückt. Der Arsch wohl? Ja. Wenn er so genau im richtigen Moment drückt, ist es als wenn er zwischen so einer Wand hier lang hüpst. Nee, du kannst doch nicht mehr durchflächen durch ne Asi Ward. Nein, nicht durchflächen, aber du kannst ne, äh, ne, nem Fist quasi drüberspringen. Ich find' das so OP mit Lux. Mit Lux Varus. Nuuuul. Ja, geil. Ich kann's gleich wieder weggehen. Ich hab' den Tauer verteidigt, dann ist gut. Bei mir ist ein bisschen. Ja, ich... Ja, also Watt, dann läuft, Jungs. Nicht? Gott. Ja, so 3-0. Alter, wer braucht die Asi? Ja, Alter. Hey, wir haben einen Kill. Ja, da kannst du nicht. Ey, was, wann kann man mit der Wilden, äh, die Scheiße? Ja, läuft. Die Scheiße, äh, den Scheiß trauern nicht mehr, der Menschen. Schon ewig nicht mehr. Ja, und ich hab' ewig keinen Asi mehr gespielt, also. Toplin ist der einzige Lame, der sich reinfiegt. Och, ich kann auch mit meinen. Und der Jungle, das. Auf ne Lame ist. Ey, ich fiege auch nicht rein. 0-1 und Morana. Also, wenn wir jetzt auf der Toplin spielen, dann geht's doch nicht nur rein. Okay. Halt dein Maul! Da hab ich nur eine ADC, der nichts kann. Oh, der war hart. Uuuuuh, Ansage. Das war hard. Ja, das ist die Hassliebe von denen. Die mögen sich eigentlich. Richtig. Eigentlich. Richtig. Ach, ich bin wieder tot. Oh, Mann. Das ist aber ein Regneider. Ja, läuft. Die Gunst der Stunde ist und die, die warten. Ach, Gangler hab ich kein leichtes Leben. Keine Sorge. Ja. Wir kommen erst mal ganken. Ja, da kommt was auf euch zu, Botlane. Botlane SS! Ja, ist doch gut. Und du das... SS! 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 Ich hab gedacht, das wär jetzt ein Vorwurf. Nee, das wär ich nicht nett. Kann ja keiner was für, dass man die Midlane feedet. Nein. Ich hab vor das letzte Mal vor nem dreiviertel Jahr Midlane gespielt. Ihr wollt, dass ich Midlane spiel, also spiel ich Midlane. Hey, ich hab dich gefragt, ob du supporten willst. Dann geh ich Midlane. Nö, nö, nö. Hey, komm, Leon. Hier ist dein Liner und ein Teil. Sag doch was. Äh, die Midlane bewegt sich nur schon Toplane. Achso, der kommt ja eh nicht noch raus, oder? Den kriegen wir. Weißt du, bei der Topline sagt der, der bewegt sich langsam, was für die Topline ist bei uns. Boah, Piss auch noch hier. Renn auf dein Leben. Geh, Kleine. Oh, loo. Ach, sie flasht an den Rücken hinter mir her. Was nirgends für Arsch. Na, geil. War alles was, guck. Komm, Alter, nein. Das ist heftig. Nein. Oh, du, oh, jawohl. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Eie. Das hat jetzt keiner gesehen, bitte. Das ist Fist. Das ist ein stinknormale Kombo, oder? Ich geh in den Wald. Alter, lachst du mich jetzt auch noch aus? Okay, okay, hab's ja verdient für die scheiß Aktion. Das ist jung, Junge, Junge. Ich glaub, das tut uns auf jeden Fall nicht so gut. Stopp. Das Fist. Das Fist. Nee, bissl sehr gebildet. Das ist, das geht alles noch voll klar. Oh ja. Dass wir First Tower verloren haben, wird auch klar. Äh, wir haben First Tower gedacht, dass wir First Tower verloren haben. Im First Tower doch nur die. Boah, hier, da kann der wirklich drüber springen. Nee, ich noch nicht. Alter, lest das nicht fest, Julianyu. Sorry. Sorry, du Model. Was bezahl ich das eigentlich? Oh Gott. 300 Schaden. Okay, Leute, ich komm jetzt. Das ist der Botlane-Gank, okay? Wir werden richtig sterben. Und dann los? 3. Es sollten ganze Frauen geben, die sich aus eigenem Graf hocharbeiten. Boah, da muss das schon so gut sein. Guck, ich sag doch, ich sterbe wenigstens. Oh, mein Herz. Naja, aber immerhin 2 für 1 straight. Nur der arme Julian, oh. Ich habe eine komplizierte Fist. wir waren es eigentlich ein starker, ist eigentlich ein starker jungler sehr starke mongeln kann ich schon sagen nicht nur eigentlich boah ich hätte halt noch ein vernünftiges team boah na das kamel das will ich nicht einfach aus Hilfe! Hilfe! na toll einmal mit profis oh ich hab's gedotscht also bin ich jesus er hat dich auch gedotscht und noch mal nein bist du nicht bist nicht jesus du bist shivana ok das war's was ich hab's genau gesehen warum scheinen wir am programmer so weit varus wird euch oneshotten varus wird uns oneshotten das war's ich hab sicher als einig zu von den fünften starten das ist schon das genau ja und dann schauen wir zum der oneshot durch nicht ok oh 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 war doch knappig rausgekommen äh nö hehehehe ich dachte das wärs kamel wie geil war das denn so das war die revanche für vorhin die achtung die kommt runter wane ja ich eshey netter wo ist er ja keine ahnung das war ein fake call ich werde bezahlt Also? Steals! 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 Geht uns um Steals! Die tausend Wolken sind wieder weg! Wann du ein Bait? Wann du ein Bait? Bait! Der Bait ist wütlich! Das war einfach nur ein Prank, okay? Das ist ein Spotling-Gang, komm gleich! Ja, lauf du über die Lane, wir kommen vom River! Muss ich Baiten, okay? Ja, voll der Prank, also hier rennt er... Wo ist das? Easy! Wieso macht man das? Kriegst du noch ein Shield von mir im Towerdive-Scene? Bin tot übrigens! Ja, wach Q und Ulti und ich bin tot, ja! Ja, okay! Wisst ihr was, Alter? Ich verkauf euch an und spiel mit Chameleon! Nee, bleib mal lieber da unten! Ah, eBay, altes Team... Komm mal! Alle für 10.000 Gold verkaufen! Wer kennt ihn nicht? Die Lichbane... äh, Lichbane... ...drei... ...drei Bücher! Top Miss! Jetzt wird aber wieder der Dragon gemacht! Fails Might! Oh! Du bist auch tot! Naja, noch nicht, aber gleich! Ich hab Kult aber auf meiner Scheiß E! Nein! Ja, wie gesagt, läuft! Das Spiel nicht! Muss ich wohl mal hier den Tower deffen, wa? Denk nicht, dass sie zufällig Deutsche sind! Ey! Lass mich in Ruhe fissen! Ey, hilfst du beim Tower, du Affe? Nein! Was ist, dass du die Scheiß mit... ... die Scheiß... ...Draptoren machst? Du bist so boosted! 1-4! Ja, kann ich ja nichts dafür! Ja, okay, dann ey, das ist auch wirklich bad! Der Maul! Genau, gebt's euch! Ja, du nicht! Hier ist der Li! Komm her und du bist durch! Ich liebe... ...Attentime zu schulen ist einfach das Schönste im Leben! Was zum Teufel treibt ihr da unten? Er macht lieber, dass Camper schon zu helfen! Oh, der ist aber ziemlich großartig! Familie, warte, ich helfe dir! Oh, Li! Lol! Ich komm ja nur... Ich komm nur zum Kehr nicht zu dir! Ja, das war nur, um ihnen ein bisschen Angst zu machen! Aber Gangpung ist breiter als der Türsteher, kann man schon mal mit... ...Terreur verwechseln! Du Arsch! So, aber jetzt bin ich sauer und zeig dir mal, wie's gemacht wird! Wir brauchen auch mal ein paar Kills hier, ne? Habe ich mir sagen lassen! Nein, der kommt wieder raus! Ich raste aus! Ich raste aus! Ja, bin! Wer gestorben, also! Was? Was? Boah, was geht da ab? Och, Li läuft nicht weiter, ich gehe ab! Also dieses Supporter hier, ne? Na, kriege ich den Bett! Jawoll! Ich raste aus! Ich raste aus! Pfff! Dopp... Doppeling wollte ich fast sagen! Oh, er war... ...er war Ruste! Ja, sorry! Der war Ruste will jetzt schnell durch! Ja, euer Ruste, Alter! So, wir haben den Tower. Das ist keine Diskriminierung. Achso, achso, anders abdrehen. Das geht aber blululululul. Okay, okay. Wollen wir den Herold machen? Nee, das ist ganz schön risky. Lee ist über euch. Die eine Frau. Let Game. Wenn wir ins Let Game kommen, gewinnen wir das. Ja, wenn. Aber du weißt, wenn der Hund nicht geschissen hätte, hätte er Nasen gehabt. Ne? Immer schon dran denken. Okay. Dann lasst mich nicht mehr mitlanen. Fuck you. Dein Ernst? Könnte mal einer Top-Lane gehen? Komm, Herold. So, ich bin unterwegs. Nö. Jungler smitet lieber den Bluber für mich weg. Nein. Es ist der Herold. Ja. Es ist der Herold. Jetzt können wir machen. Das ist auch so ein Karall. Ich bin... Das sieht aus wie mein alter Sportlehrer. Das ist der Harald. Oh, so der Harald. Bei nichts anderes. Nein! Danke für den Barschleiter. Oh, jetzt kommt der Baron. Jo, genau rechtzeitig. Komm, Baron, direkt oder was? Ist klar. Ich bin zwar tot, aber egal, ich hab den Tower. Ja, wär's, aber ein bisschen too risky. Ich hab den Tower, okay. Du, Baby, oh, 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 oh. Stand up to face, ne. Jo, ist aber fast so aus, ne? Oh, bin ich boosted, ey. Ja, du bist wirklich genau in die Queue reingeschaut. Ich bin so boosted. Oh, ja. Ach, Mann. Oh, Mann. Oh, wir trappen jetzt hier. Wir sind jetzt in Spankbroke. Irgendwie glaub ich, dass hier geworden ist, Timo. Ich glaub auch. Aber, nee, kann nicht sein. Nein, Mann. Nein, nee. Ich wurde geholt, oder was? Soll ich verarschen? Jo, Timo, wir sehen uns im nächsten Leben. Und dann kommt Report Timo Feed, ja. Bestimmt. So, hier ist der Gangplank. Wollen wir mal schauen. Der will meinen Tower. Und er hat meinen Tower. Kommt auch noch weg. Der ist sicher, FK. Stirb doch. Der überlebt das. Der überlebt das locker. Nichts. Ich hab' gebetet. Ohne ihn anzugreifen. Ach, du hast ihn, Leute. Du hast seine... Ich. Der ist immer noch hier. Egal, jetzt hol' ich ihn mehr. Ich will nicht die Menschen formen. Sie ist so klein und hässlich. Nein. Nein. Redemption, Redemption. Ihr seid so boosted. Ich war noch nicht da. Ich war ja nicht. Mit ihr meinte ich aber eigentlich Shyvana. Ach, wir sind doch alle ein bisschen boosted. Du redest von einer Portion im Plural. Hallo? Drake? Ja, du zählst für zwei. Drake und Tower? Hallo, hallo. Hallo. Was denn? Der ist aber back gegangen. Zu fies ging. Soll der jetzt für zwei Tower Schüsse da bleiben oder was? Nein, ich war nicht für den Drake, aber egal. Wie sieht's aus mit dem Early Nasher? Ja, wenn wir den Drake haben können wir... Wie hast du den gerade genannt? Nisha? Ja, dann können wir den Nasher machen. Nasher. Nasher. Ich hab auch einen Rasher. Ich hab auch einen Rasher oder einen Nasher. Oder einen Nisha verstanden. Rush B. Rush B. Nein, wir sind jetzt so und es ist auch kein Rush B. So, und direkt ab zum Baron. Sicher? Ich hab 1.300 Gold. Ich würde dir gar nicht noch egal. Nein. Nein, kannst du noch einen Baron holen. Ja, ist okay, ist okay. Ich hab's verstanden. Das fällt auch gar nicht auf, wenn wir alle am Fiss vorbeilaufen jetzt. Los. Immer weiter. Immer weiter. Das sind alle Mist, ne? Ja. Alter, der Fiss one-shuttet mich. Wir sind eine blöde Ulsch. Nein, wirklich. Überhaupt nicht das Problem. Von der ganzen Laning Phase. Okay, wer macht so dumme Calls hier? Das geht ja gar nicht. Ich sag ja nichts. Und da müssen wir noch mal rein. Ich hab' ihn ganz schön schwer, so ne Pflanze zu treffen. Ja? Oha, sag doch was. Oha. Einer mit Proben hier. Renn halt dir das Fass rein. Renn halt dir das Fass raus. 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 Ach, witz. Na ja. Oder Dich. Unterhalt ist nicht grade. Hey. Komm jetzt im Red Buff. Los, wir machen den hier jetzt. Okay, dann komm ich. Sorry. Na? Ich hab halt keinen Smite, ne? Wie lange dauert's? Risky. Jaaa. Lass aufhören, lass aufhören, ich hab kein... Ich komm aber trotzdem. Ja, das halte ich für ne sehr gute Idee. Oh, schade. Jetzt hab ich Smite. Schade. 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 Konfakt Eier, wenn ihr Eier habt, aufhören. Ähm, nö. Ramm ist weg. Schade. Easy. Ja, mit Kamil hat was geschafft. Hm, da haben dir deine Eier jetzt aber sehr viel gebracht. Stimmt, ja, da gibt's Heal. Da gibt's Heal. Hallo. Nice. Hab ihn. Ja, nice. Komplizierte Beziehung zur Technologie. Nein. Ciao. Viel Spaß im Leben noch. Bitch. Oh Gott. Wieso geil hast du den Tiss hinterher und verbreitet den ADC Tiss? Weil ich den ADC nicht töten kann, vielleicht? Ein Varus. Ja, na gut, dass deren Jungler auch tot ist. Stealst du? Ja. Ja. Gangpank Eier darunter. Na, machen sie ihn. Weiß ich nicht. Ja, guck doch nach. Aber. Ja, warte. Wenn du Eier hast, mein Kleiner. Du Kleine immer mit deiner Eier. Kleiner. Kleiner. Haha. Ja, Kleiner. Bestimmt. Schuss. Damit stirbt der Kleine nicht. Entschuldig's mir, Alter, bitte. Auch wenn ich den bis zum... Du bist tot. Du Kleiner Wichserfist. Ich wollte... Ich wollte's nur sagen. Ah, so die untere Weiner geht erst mal im Hammer. Kein Mal mit Profis, ey. Okay. Oh ja. Einmal. Oh, ich bin jetzt erst mal. Oh, ich bin jetzt erst mal. Ich hab sie alle gefunden. Hm, gut. Ja, so ein paar mehr Wards wär'n nicht schlecht. Ja, das ist die Aufgabe Supporters. Oh, ich steh' Wards über Wards, über Wards, über Wards. Ich glaub, die sind zum Baron. Hm, was? Was? Ja, die läuft dann... Lugarus läuft da grad hin. Ich glaub, sie sind ja schon 26. Minute. Also, ich muss hinter irgendjemand stehen. Das ist klar. So, hier geht's scharf. Ich wurde, wie Sau. So, ADC ist Geschichte. So, der hasst die Wards drauf. Ey, so boosted as fuck, aber... Du bist boosted as fuck. Kommt, Leute. Konzentration. Dieses, ich bin... Komm nicht rein. Weint rein. Hallo. Doch, jetzt aber. Ach, Mann. Hab ihn. Jawohl, nice. Ach, Gangbang. Der killt mich einfach. Das ist doch nicht nett. Okay, ich geh mal gucken, ob der Gangplank noch hier oben ist. Und ihr fangt schon mal an. Da ist doch schon... Ein richtig böser Typ. Hä? Wieso? Soll ich denn jetzt denken? Bist du dumm? Der scheiß Jungle. Wacht denn nicht, bevor noch keiner da ist. Die sind doch alle auf den Weg hierher. Das ist doch schon am Anfang an der gesagt. Naja. Naja, Tio, du hast doch überhaupt keinen Plan. Zero Games jetzt hier. Du auch nicht. Entschuldigung über mich. Also... Wenn ihr den macht, krieg ich den nicht mehr. Hier oben ist die Lux, die will klauen. Macht nix. Doch. Fünf Sekunden. Mann. Egal, die könnte man nicht mehr warten. Sorry. Naja. Echt scheiß, dass man... Wenn man gerade nicht da ist, den nicht kriegt. Hättest ja gegen den Gangplank nicht noch sterben müssen. Nein, hätt ich nicht. So, ich muss erstmal base. 3400 Gold. Oh. Du musst da bleiben. Das wurde dir unterwagt. Ihr seid aber gemein. Das nicht. Ähm, Drake? Nicht das andere, denn das sei aber gemein. Drake? Hier blöden Buben. Nicht Leid ist ein Luxus, den ich mir nicht erlauben kann. Ah ja, ohne Gangla, ich hoffe, dass du sowas nicht unterwissen. Wir brauchen mal ne Lektion hier. Lektion, ey. Aber lass mich in Ruhe. Wir werden mit Prügeln. Der Flash ich auch meinetwegen weg ist mega. Ciao. Okay, Leute. Are you ready? Oh, yeah. Geht rein. Warte, seid ihr verpästig? Geht rein, ohne Witz. Geht los. Okay. Ich hab zufuttert Leben. so, go, go ja, ok ich seh, der ADC-Fuckup heute ist auch'm fliegen mit euch ich hab zwei weiter Leben gehabt, aber egal hallo, Gangplaying na, Schwester, jetzt geht's hauer nice, dann können wir jetzt pushen ich kann, ich kann kommen wenn mir jemand hilft, können wir töten ja, ich bin doch hier ja, aber die wollen nicht ich geh mal Toplane hoch gut also anderthalb, ich hab ne Vayne bei mir ne, die Vayne ist nicht das Problem, aber du hast halt Julian, ne? der Maul das ist halt schon Minus-Player und du? was bist du dann? dann bist du ja Minus-Minus-Player, das gibt's ja eigentlich gar nicht ja klar, Minus-Minus ergibt Plus ja du hast von der Mathe nicht aufgepasst, Kleiner Kleiner ich bin genauso alt wie du, hä? nein, ich bin 15 ne, aber ich glaube Minus-Plus-Minus ergibt trotzdem Minus hm? Plus und Minus, ja ja, Minus mal Minus ergibt Plus aber Minus-Plus-Minus ergibt Minus glaub ich zumindest hä? ok nein, ja Minus und Minus ergibt so irgendwelche Mathematiker hier unter den Zuschauern ich bin nämlich schon 20 Jahre außer Schule, also ich muss das nicht mehr wissen das ist einfach mein Beruf nein, ich hab ne 2 doch aber Hauptschul 2 zählt nicht ich hab Realschulabschluss 2 ich bin auf dem Gymnasium, ha streber ha ja, aber da ne 5 ist auch nicht geil ich hab 2er Durchschnitt Sport, Kunst, Musik 1 und Mathe 6 Mathe reißt du das? Mathe reißt du das? Mathe reißt du das? Deutsch bin ich scheiße als Deutscher in Deutsch scheiße? wie kann man denn in Deutsch scheiße sein? ah, Deutsch ist auch ein scheiße als Deutscher in Deutsch scheiße sein ist ich bin Halbpoler, ok? das ist der Maul oh ha, alles klar hat's auf rum ich hab mein Reddorf geholt das ist auch so großartig also ich mach Viking 1 und gewinn, was macht ihr eigentlich? äh, ich rette dir das mal den Arsch ja, ich hab's gesehen Guck mal, da liegt der Drache und ich hab mir eigentlich nur den ganzen Blödsinn an den ihr hier labert das macht viel mehr Spaß was, hä? was war denn das? oh, da gibt's die Kugel-Dodsch, der ist auch ich und Ladi müssen hier die Loops carrying ich und Ladi müssen hier die Loops carrying Ladi? Ladi 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 ein Teil was hier solltest vielleicht lieber weggehen aber nur wenn ihr meine Kanzler die Fragen als die Zauber er ist ein bisschen zu langweilig schweig an der Nähe von Becken diese Verhältnisse von mir warum weißt du nicht, dass ich genug Gold hab? stimmt, auf dein Gold müssten wir natürlich alle achten das war's mit der armen Morgana AC ist halt gründlich wieder ja, easy Portimanius verfehligen ja, und achten Stauberhack ich zeig mal den Eidigsten von den Tüten ja, wenn du kannst, mach doch ja, die Musik hatte ich jedem zugekommen ich hab mir mal Blubash genommen so, hier oben ist der super gefieldete Fizz easy hab ich mein Leben verloren ja, und ich hab den Kale gekriegt, alles gut so, one on one ey, ich weiß, was du feist, weil ich zurückdessen bei dem Einwand und der Kasse lol, ist der geflatzt hoffen wir nicht so, weil so einen hier ich hol mir schnell den Farber weg ja, den wollte ich mir grad holen und dann machen wir alles mit unseren Farren und dann verlieren wir das Spiel ja, find ich gut jetzt, ich muss kurz back ganz kurz dann hab ich nämlich gar die Nance Angel und dann wird rasiert sterb ich nämlich nicht mehr also schon, aber zweimal, halt jetzt, wenn wir spielen mein Gott informiert bitte, bitte hey bist du ich? hallo andere ich fordere mir meine Minions nimmst du zuerst rein ok, dann machen wir halt den Drift Barren ja, mach haut rein bei zweit ist das Zeichen die Funktion ab aber mein ist nur bewertet genau die hat den Barren angegriffen yo, hab ihn gefunden oh shit und nicht nur den ich komme Finder ah, ich fang ich fang ich fang ich fang ja ok, ich bin tot jee oh ja wieso gehst du nicht ins Finder rein wenn du 15 Megamast ja, was? oha ich würd versuchen zu rennen alter nein ich war schnell tot jo, ich bin auch einfach geplatzt hast du das Item überhaupt schon mal gesehen, Juja? äh, ich hatte 15 Leben äh, ich hatte 15 Leben ja, dann stellt man sich ins Redemption und kriegt super viel Leben dazu jetzt fragt die Güle und trifft man sich Leben eigentlich doch, war gut jetzt kriegen sie den Barren nicht doch, war gut jetzt kriegen sie den Barren nicht doch, war gut jetzt kriegen sie den Barren nicht was? das sind doch die geilsten Kills, wenn man Double Kill macht und weiß nicht mal wie das ist oder einfach nur ein bisschen trainieren genau das kommt nie aus der Erde mit ein bisschen train, kommt drauf an nein, nein, nein der hat einen feier Durchschnitt aber nicht mehr ja, hat auch nicht zu mobben ja, hat auch nicht zu mobben das wie so genau, hört man auf ihn zu mobben ich schaue mir mal in Red ich schaue mir mal in Red Moppe Jupp, Moppen Jupp, Moppen Moppen Morgana Solo und Barren oder was ich pusch mal ein bisschen die Botline entgegen Ah Probier jetzt einfach mal was aus, vielleicht gab das ja ich kann es um den Barren rum so lange ja, das ist ja cool das ist ja cool oh nein was? 970 Farmen nein warum wollen wir machen, das ist wirklich ja, ist gut bin da am kommen oh god, oh god, oh god nee, bitte nicht ich mach so ein Damage, das ist so krank so, dann machs mal Barren und kommt Mitte haben wir schon gut ja natürlich, wenn ich tot bin ja, ich wär eben auch tot, okay ist doch dein Problem ja, was ist jetzt ja, das machen wir mit voller Absatz wollen wir jetzt auch mal ein bisschen pushen damit nein oh ja, das wär so geil haha, so richtig 45, oh, das wär so geil ja, das wär so geil ja, das wär so geil so, ich geh hinten rum ah, ja, fangt schon mal ohne mich an ich bin gleich bei euch ja, ich bin gleich bei euch nein, der da meist nicht damit schon mal doch, komm, ich kriege ich ja, Leute, also der ADC und der AP Carry neben noch mit Voll-HP ich wollte schon mal ansolzen ha, alter Maul jetzt nicht mehr, okay genau, Julian und ich machen das äh, der Gang sein ah, Ben jawohl, nice und jetzt finish, bitte wolltest du irgendwas sagen? ja ich mach 1600er-Kritz, okay? du bist Wayne, was erwartest du? 1500er-Kritz oh ja, ihr könnt eigentlich nicht finishen nee, das wird noch nichts erst mal erst mal ein Asier-Ding dahin hauen ne Asier-Ding ja, das geht nicht doch da da, geht das da nicht nein, geht nicht nee, nur außerhalb, nicht in der Waste das wär's ja bestimmt schade ich, ich geh mir mal in Red Bar vor das ist ein scheiß Drei-Stick, was 40 Minuten geht hab mir das gar nicht da ha dann geh ich ich brauch nur 50 Gold ach, komm schon egal ich geh jetzt nach Hause ist mir jetzt egal jetzt vor noch 30 Gold warte ich jetzt zum Milchvorbild vielleicht mach ich mach ich dann ein bisschen mehr mit der Angriffsgeschwindigkeit vom gegnerischen Kämpfchenzweck also weniger Anduin's, oder? so dass der Tag-Speed dass der Tag-Speed von anderen Leuten weniger wird von gegnerischen Randuin's und Randuin's auch und Randuin's auch ok, dann kann ich mir das nicht echt? ach so ja, aber das macht auch ein bisschen wie Attack-Speed-Rot sein, glaub ich da kann ich mir das Frozen Heart gegen Attack-Speed und Randuin's gegen Crit aber auf Shyvana auf jeden Fall Randuin's ja, haben wir dann gemacht, lieber oh Gott oh was, das war das Closest ich hätt noch einmal angreifen müssen fürs Top-Lane nö, es verschwunden die Boost du musst drin stehen bleiben Julian! ich heil mich doch, ist doch egal guck, wie wär Full-Life so, ich push mal die Top-Lane durch der kommt, bist der eh weg, wenn das abfasst nö ich hab fast mit nem 5-13 Nasion mit nem 18-8 Baros gekillt aber auch nur fast ich mach 1000-4er-4er-Krätze ist so dumm ich hab mich gehöselt und hab keinen Schild benutzt ausgesehen na, hol du 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 Ja, das war ja auch Aua Die hat ja... Ne, Aua Es hat sich so, weil ich dachte, die Wain kann was, das macht die Stiftung Baruch Was macht die Wain? Die Wain stirbt Warum? Weil sie es kann Wo laufe ich hin? Wieso kommst du mit Wain? Das hältst du doch Was? Was kaufe ich? Ist das das Last Item, die Wain ist bestens? Ja, warum nicht? Ich meine Naja, es sah zumindest gut aus Wieso macht ihr jetzt nicht Elders? Azir und Wain sind einer der besten Dingsmacher vom Schaden her Okay Dingsmacher? Merkt ihr das? Ja, Mann Komm Wenn ihr Eier habt Nein, mach ich nicht Und, und tot Wenn ihr Eier habt Du immer und deine Eier Ach, schade, kein Crit gehabt Ach, schade, kein Crit gehabt Hast du vorhin gesehen, was es dir gebracht hat? Ich nehm lieber den Wind vom Game Juh, da wär ich auch eher für Da ist schon ein ganz schön Risky, was ihr da treibt Ich sterb ja auch nicht Dann ist gut Oh, ich sterb doch Pfff Aber ich hab zwei geteilt Der Typ macht ein bisschen zu viel Schaden Der Gank-Gank Oh, Gank-Gank ohne Witz Hm? Ja Er ist ja nicht gefährdet Sechs Kills Das ist jetzt nicht das Drama, aber Der macht Dross-Internation Der macht Dross-Internation Ja, klar Das ist ein Gank-Gank So, ich bin auch wieder auf dem Weg Ich mache Sense Ich fahre jetzt ja mit Das ist so langweilig gemacht Ich glaube, ich mache Sense wieder weg Perfekt Gebrannt ist ein bisschen zum Start Oh, Scheiß drauf Ach so, ja Ich habe jetzt einfach Rest Smite Ich habe gar nicht das Smite, das wird lustiger Weiß Scheiß, oh Immer immer voll Full Damage Ist mir jetzt egal Mach das Ich mag mal einmal jemanden One-Shot vergessen Richtig so kaputze One-Shot Haben wir mal mit, bitte? Nö, wir pushen erstmal die Bot-Lane durch Okay, ich bin voll wild Ich bin ganz weit von voll wild Ich auch Ja, hab Ich habe jetzt noch 1.300, weil ich doch nicht geil Ihr habt ja auch ein bisschen mehr Kills als ich So, kommt Leute, jetzt rennen wir da rein Oh, okay Zweite Eins, die Wannerplay Ersten habe ich Hä, ohne Scheiß, wie kann ich Achso, das ist mir traurig Gut Zweite Oh, 1.300er Kretsch Nice Noi Okay, jetzt finnisch Denk's da 50 Gold Juckoo Ja, das war doch mal ein geiles, auf jeden Fall sehr spannendes Spiel War so ein langes Spiel, ey Ja, Mom Ja, sehr lang auch Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen In diesem Sinne, bis bald, euer Ram Ich bin Vorsprung Untertitel Ich bin